Und wir gehen gleich rein in den Tag. Herzlich willkommen heute zu brisant. Und aus aktuellem Anlass starten wir die Sendung heute auf der Straße. Es hat nämlich auf der A7 einen ganz dramatischen Unfall gegeben. Da sind Lastwagen ineinander gefahren und es ist vermutlich nur dem couragierten Eingreifen eines Autofahrers zu verdanken, dass da nicht noch weit mehr passiert ist. Und damit ist der Mann nicht nur für uns heute der Held des Tages. Und gleich hier in Brisant. Frei nach 33 Jahren. Die bewegende Geschichte eines Deutschen, der vermutlich zu Unrecht so lange in einem US-Gefängnis gesessen hat und jetzt rauskommt. Gleich bei uns hier in der Brisant-Sendung. Die schöne neue Welt heißt heute YouTube. Darum geht's jetzt. Da gibt es alles von Schminktipps bis Lebenshilfe und selbst harte Fakten zum Thema Politik. Möglicherweise hat aber nun ein YouTuber die Plattform für noch etwas anderes genutzt, nämlich als eine Art Dating-Plattform, so der Vorwurf, um sich ein Mädchen ranzumachen. Das Spiel war, sie so zum Küssen vor die Kamera zu bekommen. Doch jetzt geht es um deutlich schwerere Vorwürfe. Es geht nämlich inzwischen um sexuellen Missbrauch in mehreren Fällen. Und wir schauen nach Dresden. Nach dem spektakulären Juwelenraub dort aus dem grünen Gewölbe ist die Polizei bei ihrer Suche nach den Einbrechern, die auf diesem Überwachungsvideo zu erkennen sind, noch nicht entscheidend weitergekommen. Dafür gibt es jetzt aber doch was Entscheidendes Neues. Es wird nämlich gesucht nach möglichen Helfern. Zumindest wird noch drüber gelacht. Das hilft mehr als drüber ärgern. Wir haben noch mal Nachrichten. In Berlin konnte die Polizei heute nach einer langen Einsatznacht einen Erfolg vermelden. Da hat man flüchtige Räuber gefasst. Mehr jetzt dazu. Gut, das hatten wir auch noch nicht. Ganz unglaubliche Geschichte jetzt hier bei uns in der Sendung. Es geht um meinen Mann, der in Freiheit kommt und das nach 33 Jahren. Ob er daran selbst noch geglaubt hatte. Jens Sören ist ein deutscher Diplomatensohn gewesen und er wurde verurteilt in den USA wegen Mordes. Aber all die Jahre gab es den Verdacht, dass er da in diesem Gefängnis womöglich unschuldig sitzt. Viele, auch Prominente, wie der Bestseller-Krimi-Autor John Grisham, haben für seine Freilassung gekämpft. Der Fall war damals sogar so spektakulär, dass man eine Dokumentation daraus machte. Die kam dann ins Kino. Jetzt aber erst nach all diesen Jahren gibt es plötzlich diese Riesenüberraschung. Jens Söring kommt frei. Freiheit nach 33 Jahren. Spektakulärer Fall, der Fall Jens Söring. Wir gucken auf die Prominenz heute. Jetzt singt er auch noch. Fürst Albert greift zum Mikrofon und überrascht alle. Das zeigen wir unbedingt. Dann haben wir Katie Price. Große Schlagzeile. Ist angeblich pleite. Wie konnte es so weit kommen? Und Max Giesinger warnt vor Max Giesinger, also dem Falschen. Jetzt mehr Präsentprominent. Sänger Max Giesinger hat gerade erlebt, wie super ärgerlich es ist, wenn jemand mit dem eigenen Namen unterwegs ist und versucht, damit andere zu betrügen. Wie das passiert ist und warum er jetzt alle seine Fans eindringlich warnt, das erzählt er bei uns. Also der echte Max Giesinger. Also bei uns kein Fake, nur echte Promis. Und jetzt kommt er, Max Giesinger. Genau. Klare Ansage. Wir haben es gerade gehört. Achten auf den blauen Haken. Aber woran noch? Woran erkennt man so ein echtes Profil? Wie unterscheidet man sich und wie bemerkt man Betrug? All das haben wir für Sie zusammengestellt auf brisant.de. Große Schlagzeile heute. Haben Sie vielleicht gelesen? Katie Price ist pleite. Kurz mal herausgekramt. Was macht er doch gleich? Katie Price beruflich? Boxenluder, Playboy-Model, kandidierte sogar mal als Abgeordnete. Wahlversprechen, kostenlose Brustvergrößerung und Abschaffung von Strafzetteln. Hm, war nicht ganz so erfolgreich. Komischerweise. Aber reich ist sie geworden mit alledem. Und dann war angeblich all dieses viele Geld weg. Ja? Und so hat sich Katie Price danach fotografieren lassen. Ziemlich traurig und ganz schön abgebrannt. Aber wer denkt, Mensch, das war es jetzt bei der Katie Price? Natürlich nicht. Da kommt doch sicher noch was. Und wir hätten jetzt ein bisschen Grace Kelly-Feeling. Und bei der Ähnlichkeit der jungen Dame da hinten, kein Wunder, das ist die Enkelin von Grazia Patrizia. Also die Schönheit, Sie sehen, es liegt in der Familie. Und einmal im Jahr wird mit einer Gala an die verstorbene Fürstin erinnert, die ja auch ein großer Filmstar war. Und dafür hat der Sohn, also Fürst Albert, diesmal sogar selbst gesungen. Ja, Talent oder nicht, entscheiden Sie doch einfach selbst. Auf jeden Fall. Was ein besonderer Moment für alle. Na, da liegt ja viel Talent in der Familie. Können alle singen. Wer mal in einer WG gewohnt hat, der erinnert sich sicherlich an Diskussionen um ausgedrückte Zahnpastatum und dreckiges Geschirr. Ja, wie schön oder weniger schön es ist mit der Idee vom ersten Gemeinsamen Wohnen mit Freunden, zeigt ein Film im Kino, der ist top besetzt. Unter anderem mit ihm, mit Max von der Gröben. Ja, und mit ganz viel Erinnerungskino für alle mit WG-Erfahrung. Ich erinnere mich gut. Ja, freuen wir uns doch, dass wir die zwei auch noch so unerwartet wieder zusammengebracht haben. Susan Sarandon haben wir jetzt. Die beweist mal wieder, dass sie nicht nur eine großartige Schauspielerin ist, sondern auch eine verdammt ehrliche Haut. Und gerade ist es bei ihr doof gelaufen und es tut richtig weh und das soll jeder sehen. Erklärung folgt jetzt. Nehmen wir die Kinder besser, wie sie sind. Die müssen ja auch mit uns als Eltern klarkommen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen ganz wunderbaren Abend. Morgen machen wir hier nochmal einen sportlichen Wechsel. René Kindermann freut sich auf Sie und führt Sie durch die Brisanz-Sendung. Und wir sehen uns gerne am Freitag wieder. Schönen Abend von mir. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.